Hey, Roland hier. Heute geht es wieder um Fusion 360. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal wieder ein Projekt von mir. Und zwar habe ich hier so eine Apple Watch und die haben ja diese Ladepucks, die in der Regel dann irgendwo im Weg auf dem Tisch liegen und immer wenn die Uhr dann da liegt, rumpelt man irgendwie dahin und das stört einfach. Und ihr kennt vielleicht von einem schwedischen Möbelhaus diese Lochwände. Ich kann sie jetzt nicht einblenden, weil die hier eben an der Wand hängen. Aber das sind so, ja, Lochwände, wo man Sachen mit einem Haken einhängen kann. Und ich dachte mir, ich könnte ja so ein Teil hier mal konstruieren, wo dieser Ladepuck reinkommt und ich dann letztendlich meine Apple Watch zum Laden an diese Lochwand hängen kann. Ich blende euch mal ein Foto ein. Hier und hier. Da könnt ihr das dann nochmal genau sehen. Und dieses Teil möchte ich heute mit euch mal durchbauen. Durchbauen? Durchkonstruieren. Ist ein bisschen längeres Video. Ich mache wieder relativ langsam, weil es im Prinzip ein Anfängerkanal ist hier mit Fusion. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mal rüber in die Software. Erstmal Platz schaffen. So, ich fange an mit einer Skizze hier nicht in der Grundebene, sondern so in dieser senkrechten Ebene. Da erstelle ich mir einfach mal einen Strich. Dieser Strich soll, ja, D für Dimension drücken. Dann kann man hier die Länge des Strichs noch eingeben. Der soll 55 mm lang sein. Dann schnappe ich mir diesen Strich oder beziehungsweise hier oben die Abhängigkeit Mittelpunkt. Markiere den Strich und sage, er soll genau in der Mitte von dem Ursprungspunkt platziert werden. So, dann gehe ich hier runter von der einen Ecke. Vielleicht auch noch mal als Hinweis, man kann diese Sachen auf unterschiedlichsten Wegen herstellen. Vielleicht habt ihr irgendwie einen findigeren Weg gefunden, wie ihr Sachen schneller machen könnt. Das ist nur ein Weg. Es gibt tausend Wege hier nach Rom. So, der Strich soll 25 mm lang sein. Dann gehe ich von dort aus 15 mm rüber. Von dort aus aus. Ich drücke immer 11 Linie. Wieder 15 mm nach oben. Bin schon wieder zu schnell für die Anfänger. Enter. Noch mal 11 Linie. Oder hier oben drücken. Dann, wie viel gehen wir rüber? 25. Enter. Dann gehen wir wieder 15 mm nach unten. Noch mal 11 Linie. Und von dort aus nochmal 15 mm nach rechts. Und dann schließen wir den Kreis wieder und gehen zum Endpunkt der Linie. So, das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Deswegen gehe ich mal auf die Auswahl und tue hier erst mal diese ganzen Bemaßungen so ein bisschen auf die Seite schaffen. Also, die hier gehört hier rüber. Die hier ziehen wir mal hier raus einfach. Die hier können wir in die Mitte tun, weil da gehört sie eigentlich hin. Und ja, jetzt sehen wir hier schon wieder mehr. Das ist halt immer so ein bisschen unübersichtlich. Wenn ich eben hier Strich für Strich mache, dann erstellt Fusion einfach automatisch diese Bemaßungen und das irritiert dann. Also, es geht um diese Konstruktion hier. So, das war es. Als allererstes, ich sage Skizze fertigstellen. Jetzt haben wir hier einfach mal eine Form. Die markiere ich mir. Und dann gehe ich hier oben auf Extrudieren. Also, in den 3D Raum ziehen. Und da habe ich natürlich auch schon einen Wert. Das sind 50 mm. Also, ich habe dieses Bauteil hier. Ich halte es euch mal ein bisschen in die Kamera. Hier oben kommt der Puck rein. Hier auf der Rückseite habe ich mit so, ich hänge das hier mal ein, mit so Haken quasi eine Aufhängung gebastelt, die dann wiederum in dieses Lochregal eingehängt wird. Und hier unten kann man dann das Kabel von dem Ladepuck durchfädeln und kann das irgendwie, ich habe es sogar durch die Lochwand durchgesteckt. Da muss man dann ein bisschen kratzen, damit das USB-A-Ding hier auch wirklich durchpasst. Aber, das kriegt ihr schon hin. So. Okay, wo war man stehen geblieben? Ich habe das hier lange vorbereitet. Und, ja, und jetzt gehen wir einfach mal durch. Aber man sieht schon so eine gewisse Ähnlichkeit, oder? Gut. Nächster Punkt. Wir brauchen ein Loch für den Ladepuck. Das mache ich auf die Oberseite. Also, ich erstelle hier wieder eine Skizze. Gehe oben drauf auf das Bauteil. Dann markiere ich mir als allererstes mal die Mitte. Mach das ganz einfach. Indem man hier oben ein Kreuz drauf zeichnet. So, nachdem das keine fürs Bauteil wichtige Linie ist, markiere ich die und die andere. Und gehe hier rechts auf Linientyp und sage Konstruktionslinie. Da wird sie gestrichelt. Das bedeutet, dass ich immer noch das gesamte Bauteil auswählen kann und nicht nur hier so eine Ecke. So, jetzt haben wir die Mitte. Mag auch andere Wege dafür geben. Aber ich gehe jetzt einfach mal diesen hier. Dann setze ich den Kreis drauf. Also, wie gesagt, die Dinger sind ja standardisiert. Ich habe die alle abgemessen und habe jetzt für den 3D-Druck noch die entsprechenden Toleranzen dazu gezählt. So, dass man diesen Puck schön rein und auch wieder rausbekommt. Eigentlich müsste es alles so passen, wenn ihr es auf einem guten 3D-Drucker ausdruckt. 27,8 ist da mein Ergebnis. Meistens ist es eigentlich dieses Teil hier messen. Also hier den Durchmesser. Und dann nochmal plus 0,2 Millimeter dazu. Dann ist es im 3D-Druck wirklich so, dass ihr es vernünftig rausbekommt. Und wenn ihr es einfach nur abmesst, dann kriegt ihr diesen Puck nie in dieses Kunststoffteil reingedrückt. Geht auch mit diesen plus 0,2 Millimeter schon relativ stramm. Aber ich will ja nicht, dass der da drinnen rumschlackert. Deswegen macht es nichts, wenn das stramm geht. So, also das ist also das Loch. Ich sage Skizze nein. Ich sage nicht Skizze beenden. Ich bin nur noch gar nicht fertig. Also nochmal richtig hindrehen. Wir brauchen noch einen zweiten Kreis, nämlich den unteren Kreis. Also wir haben hier das obere Loch, wo der Puck reinkommt. Und dann möchten wir diesen Puck ja auch eventuell wieder raus. Und da habe ich unten einfach ein Loch reingebaut, sodass du ihn einfach schön wieder rausdrücken kannst. Das machen wir ein bisschen kleiner. Da nehmen wir nur 20 Millimeter. So, das liegt jetzt einfach oben drauf als Skizze. Ich stelle die Skizze fertig. Gehe mal ein bisschen rein. Markiere mir den Gesamtkreis. Das wird jetzt die Tiefe für den Ladepuck. Da gehen wir minus 8,7 rein. Minus 8,7. Dann verschwindet dieser Ladepuck so weit in dem Bauteil, dass die Uhr perfekt drauf liegen kann. Die liegt dann sogar mit dem Gehäuserand noch ein bisschen auf dem Kunststoffding auf. Dann schießen wir auch noch gleich das Raus-Drück-Loch dazu. Ich gehe wieder auf Extudieren. Jetzt ist es so, Fusion blendet eine Skizze automatisch aus, wenn ich sie einmal benutzt habe. Ich muss also jetzt hier wieder in den Browser reingehen und muss mir diese Skizze, die ich hier gerade erstellt habe, das ist die zweite, wieder aktivieren, damit ich diesen Kreis hier oben auswählen kann. So, und da schieße ich mir jetzt nochmal ein Loch durch. Das können wir beliebig groß machen. Es gibt keinen wirklichen Endpunkt. Es muss nur ausreichend tief sein, sodass es auch wirklich unser Bauteil ausschneidet. So, und jetzt brauche ich die Skizze tatsächlich nicht mehr. Jo, jetzt kommen wir schon etwas näher ran an dieses Ding hier. Ähm, was habe ich denn als nächstes? Genau, jetzt kommt dieser Mechanismus. Also ich habe das deswegen vom Bauteil getrennt, weil man das sonst im 3D-Druck nicht drucken kann. Wir haben hier schon sozusagen einen Überhang. Ich habe das aufrecht stehend gedruckt. Haben wir auch hier schon wieder einen Überhang. Aber ich hätte es nicht aufrecht stehend drucken können, wenn ich diese Haken fix dran gemacht hätte. Also die werden hier einfach so eingesteckt. Aber dann wäre es einfach nicht mehr vernünftig druckbar gewesen. Und deswegen habe ich mit diesem Mechanismus hier überlegt. Man kann hier auch 2-3 Tropfen Sekundenkleber, wenn er denn nicht ausverkauft ist, reinpacken. Und dann wird dieses Ding wirklich bombenfest verbunden. Das kann man nie wieder lösen. Aber müssen wir ja auch nicht. Wir müssen es ja dann nur einfach in diese Lochwand einhängen. So, also wir konstruieren uns jetzt diesen Mechanismus hier mit diesem Aufsteckhaken. Ich möchte nicht, dass die Haken gesehen werden, wenn das Ding in der Lochwand ist. Deswegen habe ich die sozusagen ein bisschen tiefer anfangend konstruiert. Und das mache ich, indem ich einfach eine Versatzebene nehme. Und zwar soll die um 5 mm unterhalb der Bauteiloberseite sein. Also tippe ich minus 5 ein. Da seht ihr hier diese gelbe Ebene, die Fusion dann da einzieht. Und auf diese gelbe Ebene erstellen wir wiederum eine Skizze. So, schaut jetzt zwar so aus, wie wenn wir hier oben drauf wären. Aber wir sind in Wirklichkeit 5 mm weiter unten. So, schauen wir mal, wo ich bin. Da bin ich. Wieder gerade ausrichten. Dann erstelle ich mir mal eine Linie. Die soll mal 40 mm lang sein. Ich mache das hier jetzt einfach neben dem Bauteil. Escape, um das Linientool zu beenden. Dann nehme ich mir wieder hier meine Mittelpunktabhängigkeit und sage, diese Linie soll auf dieser Linie genau in der Mitte liegen. So einfach geht das. Das ist jetzt hier dieses Dreieck. Wenn ich das Ganze anklicke, dann sehe ich hier rechts unten Abhängigkeit Mittelpunkt. Also die kurze Linie liegt auf der großen Kante, genau in der Mitte. So, und diese Punkte sind jetzt die Mittelpunkte von diesem Ding, was wir jetzt da bauen. Dann brauche ich wieder eine Linie. Die soll dieses Mal 5 mm lang sein. Und die hätte ich gerne in der Mitte von diesem Punkt. Von dem Endpunkt der ersten Linie. Genau. Dann konstruiere ich mir... Nein, ich räume hier erstmal auf. Pack die... Bemaßung nach außen, damit es nicht zu unübersichtlich wird. Dann konstruiere ich mir hier vom Rand. Aha, den kann ich jetzt gar nicht greifen. Dann gehe ich nochmal auf Escape abbrechen und sage projizieren. Also ich habe jetzt in dieser Skizze diese Linie hier. Ich kann sie zwar anklicken, aber wenn ich hier aufs Linientool gehe, kann ich die nicht schön drauflegen. Deswegen gehe ich auf projizieren und hole mir in meine Skizze diese Linie rein. Und diese auch. Und sage okay. Also zwei Linien. Die sind jetzt auch in der Skizze nutzbar. Wenn ich hier zum Beispiel eine Linie starten möchte. Dann seht ihr hier dieses kleine X. Das bedeutet, dass ich genau auf der Linie bin. So, die ziehe ich mir gerade rüber bis zum anderen Ende. Was jetzt auch anklickbar ist oder einrastbar ist. Und fertig. Jetzt gehe ich auf D für Dimension, also das Maß Tool. Und sage von dieser Linie bis zu dieser Linie hier unten sollen es 5 mm sein. Das heißt, das springt jetzt ein bisschen runter. Genau, das ist nämlich die Tiefe dieser Einsteckteile. L für Linie. Ich gehe hier von der Ecke hier hoch. Hier einmal auf Tab, damit ich mir hier den Winkel auswählen kann. Sag 110. Und dann gehe ich in diesem 110 Grad Winkel bis zu dieser Linie hoch und raste die dort ein. Genau das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Nein, erstmal räume ich hier mit der Bemaßung etwas auf. So, Linie, analog das gleiche auf der anderen Seite. Ich raste da ein. Wechsle kurz mit Tab rüber auf den Winkel. Sag 110 Grad. Und dann raste ich hier auf der Linie ein. So, jetzt haben wir uns hier so ein Trapez konstruiert, was wir jetzt noch nicht sehen können, weil ich jetzt den Körper angeklickt habe. Ich tue den Körper mal ausblenden. Und jetzt kann ich mir hier dieses Trapez anzeigen. So, das haben wir konstruiert. Ich mache das jetzt nur auf einer Seite. Wir spiegeln uns das Teil nachher dann im 3D-Bereich rüber auf die andere Seite. Das ist reine Faulheit. Ich könnte jetzt hier drüben genau das gleiche machen. Will ich aber nicht. Ich mache es mir einfach. Ich mache nur ein so ein Ding. Ich müsste es eigentlich gar nicht noch ein zweites Mal bauen. Doch, ich brauche es schon, weil ich es ja aus diesem Teil hier auch rausschneiden möchte. Der aus dem großen Block. Deswegen brauche ich es schon zweimal. Aber die Skizze brauche ich nur einmal. So, also das ist jetzt der obere Bereich. Ich mache es mal ein bisschen klarer. Hier sieht man das jetzt. Und jetzt brauche ich auf der Unterseite hier unten drauf das Gegenstück. Da gehe ich wieder hier hin. Ich gehe auf Skizze. Lege mir das hier auf diesen unteren Fuß drauf. Und mache im Prinzip das gleiche wie hier. Nur etwas größer. Und dann wird es so etwas spitz zulaufend und hält gut in dem Block drinnen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Vorher hole ich mir aber aus der ersten Skizze in die neue Skizze über Projizieren. Hier wieder den Mittelpunkt rein. Die Linie hier drüben. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Nee, mehr brauche ich nicht. Dann gehe ich auf Linie. Die wird jetzt eben etwas breiter. Ich glaube, was habe ich da? 8 Millimeter, nicht mehr 5. Dann setze ich diese Linie hier wieder auf den Punkt, den wir uns rein projiziert haben. Und gehe wieder im 110 Grad Winkel. Einmal Tab. Hier auf diese Linie drauf. Das gleiche hier drüben auch. Einmal Tab. 110. Also sprich, ich gebe den Winkel vor. Das stimmt jetzt aber nicht. Gehe ich nochmal auf Escape abbrechen. Nochmal L für Linie auf die Ecke drauf. Und dann muss ich wirklich von hinten ausholen, damit er mir hier auch wirklich den Winkel richtig anzeigt. Das tut er aber nicht. Nochmal. L für Linie. Von hier, hier rüber. Ah ja, jetzt sind die 110 hier drüben. Nehmen wir mal 70. Müsste jetzt eigentlich auch passen. 110 plus 70 sind 180. Manchmal ist es so ein bisschen unerklärlich, wie Fusion das jetzt gemessen hat. Aber egal. Ich sehe schon, das passt hier schon. Das ist parallel zu der Linie von unten. Okay. Mache mal die Bemaßung wieder ein bisschen kleiner. Und dann beende ich die Skizze. So, jetzt habe ich hier, wir sehen es schon, zwei Trapeze übereinander liegen. Das obere ist etwas kleiner. Das untere ist etwas breiter. Ich blende mir mal den Körper aus, damit ich die auch wirklich anwählen kann. Weil sonst würde ich den Körper anwählen. Und dann erstelle ich mir eine Erhebung. Das ist also quasi von dem Trapez hier unten eine Erhebung auf das Trapez hier oben. So ähnlich wie eine Extrusion. Nur nicht gerade hoch, sondern von einer Fläche auf die andere Fläche. So, das ist dieser Keil, der dann in dem Bauteil drinnen ist und da schön fest drinnen sitzt. So, den haben wir jetzt hier fertig. Den spiegeln wir uns jetzt. Das war eben das, was ich vorhin meinte. Wir sind faul. Wir machen das nur einmal. Und zaubern das dann hier rüber. Also, was wollen wir spiegeln? Diesen Körper hier. Nein, diesen hier. Muss ich nochmal hier aufs X gehen. Und einfach den hier drüben auswählen. Dann habe ich ihn auch sicher getroffen. Die Spiegelebene muss hier liegen. Schauen wir mal, was haben wir da für eine Linie. Wir haben da die, hier rechts können wir spicken, die YZ-Ebene muss dann die Spiegelebene sein. Die müssen wir jetzt auswählen. Da gehe ich hier oben hin, klappe den Ursprung aus, auf und sage YZ. Und schon hat er uns hier diesen Körper rüber gespiegelt. Jetzt ist er da drinnen. Und da schneiden wir ihn jetzt raus. Also, wir haben drei Körper. Einmal den gesamten Block. Dann das linke Teil und das rechte Teil. Und jetzt machen wir den Ausschnitt. Also, wir gehen auf das Kombinieren-Tool. Zielkörper ist der große Block. Werkzeugkörper ist dieser und dieser Körper. Vorgang soll ausschneidend sein. Das Werkzeug, also die beiden kleinen Körper, sollen erhalten bleiben. Ganz wichtig, hier den Haken gesetzt lassen. Oder setzen, wenn er nicht drinnen ist. So, und jetzt kann ich die hier ausblenden und wir sehen, dass wir hier reingeschnitten haben. Jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, wenn man das jetzt so drucken würde, würde man das nicht ineinander schieben können. Das würde nicht so wie hier einfach so schön leicht exakt reinpassen. Sondern wir würden es nur zur Hälfte reinbekommen, sage ich einfach mal. Was tun wir dagegen? Wir müssen ein Ding entweder 0,2 mm breiter machen. Oder ein anderes, das Gegenstück, 0,2 mm schmäler machen. Und genau das mache ich jetzt. Ich nehme mir dieses Teil und dieses Teil. Und gehe hier auf das Tool drücken und ziehen. Und jetzt muss ich die Flächen, die ich um 0,2 mm nach innen versetzen, möchte erst mal alle auswählen. Auch die Rückseite. Und die andere Seite. Das gleiche mache ich hier oben, hinten, links und rechts. Vorne brauchen wir nicht, weil da schaut dieses Ding ja raus. So, der Pfeil zeigt nach außen, wir wollen aber nach innen, deswegen muss ich minus 0,2 angeben. Man hat es jetzt schön gesehen, es ist reingesprungen. Und wenn ich jetzt den Block, nenne ich es jetzt, einfach mal wieder einblende und wir hier rein zoomen, sehen wir hier, dass dann ganz leichter Zwischenraum ist. Und das ist genau das, was wir brauchen, damit der 3D-Druck dann auch wirklich sauber ineinander läuft. So. Was fehlt uns als nächstes? Als nächstes fehlt uns die Durchführung durch dieses Loch hier. Wollen wir ja einfach dieses Kabel durchfädeln können. Die bauen wir uns. Dazu setze ich hier auf die Rückseite des Blocks eine Skizze. Und ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen experimentieren. Ich hätte gerne diese Ebene hier, hier hinten in der Skizze drinnen. Und dazu gehe ich auf Projizieren. Ich habe ja diese Ebene hier schon ausgewählt, deswegen hat er die hier schon. Und ich sage OK. Und dann erstellt er mir hier diesen violetten Strich. Die äußeren Punkte sind die äußere Begrenzung hier von dem Ding und die inneren Punkte sind die innere Begrenzung von dem Ding. Die brauche ich aber nicht. Ich brauche eigentlich nur den Strich mit den äußeren Dingern. So, weil da lege ich dann das USB-Teil auf. So, dazu erstelle ich mir ein Rechteck. Das mache ich jetzt einfach mal hier oben. Die Maße sind, muss ich spicken, in der Breite 13,1. Also ein bisschen mehr als die Breite von dem. Wieder diese 0,2. Und die Höhe von dem USB-A-Stecker ist 5,8. Also wahrscheinlich sind es 5,6. Aber ich habe 5,8 eben hier genommen, damit er auch wirklich sauber durchgeht. 5,8. So, und jetzt setze ich mir wieder mit dieser Abhängigkeit, Mittelpunktabhängigkeit, die untere Linie auf diese projizierte Linie, genau in die Mitte. Ja, das war es auch schon. Und jetzt kann ich mit einer Extrusion hier einfach dieses Viereck, Rechteck, durch den Block durchschießen. Da habe ich jetzt auch keinen bestimmten Wert. Ich gehe einfach so weit mit der Extrusion, bis ich auch wirklich komplett durch bin. Jetzt sage ich OK. Und dann haben wir unsere Durchführung. Aber jetzt ist es ja so, wenn dieser Puck da drinnen sitzt und wir das Ganze an diese Wand dran machen, dann drückt es dieses Kabel ja. Und wir wollen ja nicht, dass das Kabel genau hinter dem Block ist und im Weg ist, sondern wir wollen, dass es in dem Block nach unten gehen kann. Deswegen, ich zeige es euch mal hier, wie es dann letztendlich ausschaut, habe ich hier, da wo das USB-Teil durchgeht, eine Durchführung gemacht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Und diese Durchführung, die bauen wir uns jetzt. Dazu lege ich auf diese Ebene eine Skizze und erstelle mir hier einen Strich, der soll lang sein, 7,3. Am Ende des Strichs erstelle ich mir einen Kreis, der soll einen Durchmesser von 4,2 haben. Das ist ein bisschen mehr wieder als die Dicke des Kabels. Weil das Kabel soll da ja durchgeführt werden. Das habe ich gesagt, 4,2. So, dann erstelle ich mir zwei Striche. Und die rutsche ich mir jetzt wieder mit einer Abhängigkeit tangential an den Kreis dran. Gibt es hier diese schöne Tangentenabhängigkeit. Da markiere ich dann eigentlich nur noch, also ich aktiviere die. Markiere mir den Strich und sage, dieser Strich soll tangential an dem Kreis entlang gehen. Das gleiche mache ich hier rechts. Strich markieren, Kreis markieren. Strich rutscht drüber und geht exakt tangential dran vorbei. Jetzt ist es hier so ein bisschen unschön. Wir haben hier oben und hier unten noch die Enden des Strichs. Um das so richtig schön sauber zu machen, gehe ich hier auf... Wo ist es? Stutzen. T. Trim. Ist für mich immer die Abkürzung. Und wir sehen, er markiert hier also das Überstehende. Und dann kann ich das hier sauber hintrimmen. Ich sage Skizze fertigstellen. Jetzt haben wir hier unten in der Durchführung des USB-A-Steckers unsere Skizze. Die markiere ich mir. Das ist dann natürlich hier doch der mittleren Strich getrennt. Deswegen muss ich mir die rechte Seite und die linke Seite mit Command oder mit Shift markieren. Gehe wieder auf Extrusion. Die soll von oben nach unten auf das Bauteil gehen. Ich kann hier einfach hinklicken. Ich muss nichts eingeben. Ich kann einfach auf die Unterseite draufklicken. Dann geht die Extrusion exakt bis zum Ende der Unterseite. Ich sage hier ausschneiden. Okay. Schon haben wir hier unsere Durchführung. Da wo das Kabel, also der Bereich hier, dann nicht abgeschert wird oder eingeklemmt wird, sondern sauber nach unten verschwinden kann. Gut. Im Prinzip sind wir mit dem Block fertig. Was jetzt noch fehlt, sind diese ganzen Abrundungen. Die machen wir mal eben. Das sind drei unterschiedliche. Die erste Abrundung sind die oberen Kanten hier und analog die Kanten hier unten drin. Da wird es rausgezogen und oben wird es weggenommen. Und wenn ich jetzt hier ziehe, wir haben hier oben eine vergessen. Die kann ich aber einfach mit Command oder mit Shift dazu nehmen. So. Jetzt ist die Frage, wie weit. Da habe ich mir hier notiert, da runden wir mit 10 Millimetern. 1, 0. So. Das war die erste Abrundung. Dann machen wir diese spitzen Kanten hier rund. Aber auch nur auf der Vorderseite, die dann sichtbar ist. Oh, wir haben hier eine Abrundung, die wollte ich gar nicht. Da muss ich nochmal reingehen. Doppelklick. Und diese Kante hier ist zu viel angewählt. Die nehme ich mit Command wieder raus. Und jetzt ist es richtig. So. Diese Spitzenkanten oder hier außen, wenn man das druckt, das ist unschön. Das runden wir uns auch ab. Also es wird dann die zweite Abrundung. Da markiere ich mir hier einmal das. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Dann hier die Kanten auf der Unterseite. Ich nehme hier auch die Kreiskante dazu. So. Wie viel nehmen wir da? Die runden wir mit 1,5 ab. Schaue ich mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Weil noch sind wir ja drinnen in der Abrundung. Wir könnten also jetzt noch Kanten dazu nehmen. Aber nein. Das passt soweit. Jetzt ist es hier schön sauber abgerundet. Ich gehe auf OK. Jetzt haben wir noch eine dritte Abrundung. Die ist noch ein bisschen kleiner. Das ist hier und hier. Und damit wir uns unser Kabel nicht ruinieren, die Kante und die untere Kante, da nehmen wir 0,6. Damit wir uns beim rausdrücken des Pucks hier nicht irgendwie eine fiese Abschürfung hinzufügen und hier eben auch das Kabel nicht kaputt machen. Für den Stecker brauchen wir hier nichts. Wir könnten jetzt theoretisch hier auch dieses Viereck abrunden, aber ist nicht notwendig. Das ist hartes Plastik. Da brauchen wir nichts. Ich sage OK. Jetzt sind wir schon mit diesem Block hier fertig. Aber wir haben ja hier noch dieses Ding. Das sind jetzt die Einschübe. Aber die Einschübe haben bei mir, da sehen wir sie, haben ja so einen Haken dran. Und dieser Haken soll ja dann in der Lochwand eingehängt werden. Und das bauen wir uns jetzt. Ich lege einfach mal bei einem hier hinten eine Skizze drauf. Nochmal kurz zur Erinnerung. Also das ist das, was da rausschaut. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen rein. Und erstelle mir dann ein Rechteck mit zwei Punkten. Nämlich hier bis hier rüber. Und da gehe ich dann einfach gerade runter. Ihr seht, das rastet hier automatisch bei dem Punkt ein. Und jetzt sage ich, es soll 5 mm nach unten gehen. Skizze fertigstellen. Und mit diesem Rechteck, das kann ich mir jetzt markieren, gehe ich jetzt hier raus. Wie weit? 10 mm. 1,0. Dann sage ich, okay. Verbinden muss natürlich sein. Jetzt ist es hier mit dem Einschub verbunden. Dann lege ich mir hier unten wieder eine Skizze drauf. Auf die Unterseite von diesem Ding, was da jetzt rauskommt. Neue Skizze erstellen, hier unten drauf. Und wieder zurück ins Bild holen. Dann erstelle ich mir wieder ein Rechteck mit zwei Punkten. Ausgehend von hier. Hier rüber. Und das Ganze soll 5 mm lang oder hoch sein. Skizze fertigstellen. Und jetzt gehe ich mit einer weiteren Extrusion hier runter. Wie weit? 8 mm. Gehe auf Verbinden. So, und jetzt haben wir hier auf der einen Seite auch schon unseren Haken. Der ist aber nicht so schön. Der muss schon noch ein bisschen abgerundet werden, damit er auch wirklich gut durch diese Lochwand durchgeht. Also nochmal eine Abrundung. Da gehe ich jetzt nicht auf die Kanten, sondern auf die Flächen. Und es werden trotzdem die Kanten der Flächen abgerundet. Ich rücke es mal wieder ein bisschen in das Sichtfeld. Die Fläche noch, die Fläche noch. Und wie weit? 0,75. Also relativ wenig, aber es ist dann doch entscheidend, wenn ihr den Haken dann in die Lochwand einsetzen wollt. Dann ist es einfach ein bisschen bequemer. So. Warum mache ich das auf der linken Seite nicht? Weil ich faul bin. Ich kann nämlich einfach dann im Drucker sagen, ich möchte dieses Teil hier zweimal haben. Weil es die gleichen Maße hat wie das linke Teil. Oder ja. Und dann spare ich mir das einfach hier das zweite Mal zu bauen. Das heißt, ich blende mir jetzt den Block ein. Blende mir das unfertige Teil aus. Und habe jetzt zweimal dieses. Oder das muss ich mir eben dann zweimal drucken. Einmal den Block drucken. Und ja. Jetzt sind wir im Prinzip fertig. Ich zeige euch noch schnell, wie das Ganze im Slicer geht. Mache ich mal auf. So, das ist meine Slicer-Software. Das ist der Pusher Slicer. Und da müssen wir uns jetzt natürlich auch erstmal die zwei Teile als STL-Datei abspeichern. Nämlich einmal hier rechte Maustaste als Netz speichern. Der Block. Knalle ich einfach mit. Alter. Nenne ich das Ganze auf dem Schreibtisch. Dann nehme ich mir den Haken. Rechte Maustaste als Netz speichern. STL-Binare. Verfeinerung hoch. Und das nenne ich jetzt Haken. Auch auf dem Schreibtisch. So, jetzt hole ich mir hier über das Plus einfach meine zwei Dateien rein. Ich sage Open. Da habe ich jetzt die drinnen. Ich kann hier die Anordnung machen. Die liegen jetzt nämlich hier übereinander. Gehe ich hier einfach auf Anordnen. Dann schiebt er die auseinander. Dann mache ich als erstes mal die Ausrichtung. Das heißt, ich markiere mir ein Teil. Wähle es mir aus. Dann gibt es hier diesen Punkt auf Fläche legen. Und dann kann ich die Fläche auf auswählen, auf die ich es liegen möchte. Das ist hier diese. Deswegen steht das jetzt hier senkrecht. Und genau das gleiche mache ich mit dem Haken. Den hätte ich nämlich auch gerne auf dieser Fläche hier liegend. Genau, hat sich schon umgedreht. Jetzt kann ich wieder ausschalten. Jetzt möchte ich natürlich den Haken zweimal haben. Ich brauche den natürlich zweimal. Ich markiere den dann einfach. Gehe hier auf Kopieren. Einfügen. Und dann nochmal auf Ausrichten. So, und jetzt habe ich das hier perfekt drinnen. Und jetzt tue ich das Ding einfach mal slicen. Also sprich in die Ebenen zerlegen lassen. Und kann hier schön mit dem Regler durch das Bauteil durchfahren. Sehe hier auch ganz toll, wie er so eine Struktur da reinpackt. Also sprich wir haben keine komplette Füllung. Sondern wir sparen uns hier Kunststoff einfach. So, ja. Jetzt kann ich das Ganze in G-Code übersetzen lassen. Das ist ein Maschinen-Code. Und dann kann ich es dem Drucker vorwerfen. Und der druckt uns das so schön aus. Genau. So, und jetzt, nachdem ich es schon gedruckt habe, schauen wir uns das jetzt auch an, ob das wirklich so funktioniert. Nehme hier meinen Test-Puck. USB-Zeichen nach oben. Und fädel das hier einfach mal durch. Weiß nicht, ob die Kamera scharf stellt, aber ich habe es jetzt hier durchgefädelt. Jetzt ziehe ich, bis der Puck erscheint. Und, ups, da dreht es. Jetzt brauche ich das hier im Prinzip nur noch rein drucken. Drücken, nicht drucken. Und jetzt kann ich es hier an die Lochwand dranhängen. Ja, und kann meine Uhr hier einfach draufhängen. Ich kann ja noch kurz diese Teile hier einsetzen. Damit ihr das auch seht. Und jetzt könnte ich es hier sozusagen in der Lochwand aufhängen. So, und jetzt schauen wir, ob das auch wirklich mit der Apple Watch funktioniert. Ja, klar funktioniert es. Habe es ja schon getestet. Jo, das war's. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Roland.